Montag, 22. Juli, 19 Uhr. Jena gegen Ingolstadt. Erst Jena. Jo, kommt ins Martinansach, Nico, Herr Hammann. Biedere hasen nicht. Tim. Tim Recher. Olle Käubert. René Eckart, Anton Duncourt, Janis Coppiler, Janile, Gabriele, Mamiachis Sknarovic, das war's von Jena, jetzt kommt Ingolstadt, Janin, Buntig, Bojorn, Balusin, Peter, kurzer Wig, Michael, Hint, Lothar, Markel, Gauss, Maximilian, Wolf, Wolf, Robin, Raussi, Thomas, Geller, Fatia, Laia, Maximilian, Bister, Stefan, Kurschke, Das war's von Ingolstadt. Heißt, dass Jena gegen Ingolstadt, Ingolstadt hat gewonnen, 1 zu 2. Bye. Bye.